Ja, mein Vater ist Elektroingenieur, vielleicht da wird er auch. Gut, aber das sind jetzt mal hier die Fragen, wer den Nutzer ist. Wir sind jetzt all you can ask und das Konzept ist ja, dass die... Nicht all you can eat. Darauf ist es ein bisschen basiert, ja? Ich mach das mal hier. So, und ich wollte vielleicht mit einer angenehmen oder lustigen Frage anfangen, das ist eine von Ada Kreuzberg, die fragt, müssen Politiker sich eigentlich jeden Tag die Haare waschen? Ne, mach ich einmal die Woche. Einmal die Woche? Einmal die Woche, ja. Sonst hab ich gar keine Zeit dafür. Aber wenn jemand dünne Haare hat, muss er sich vielleicht jeden Tag waschen. Sieht nichts aus, sonst... Ich hab auch dickere Haare, ich kann es auch nicht hinterher. Ja, nee, da braucht man es nicht. Aber Glück gehabt. Das kostet nämlich Zeit.